servus und hallo meine lieben fordnet freunde hat machen wir mal wieder herausforderungsvideo und zwar was baue ein brutplatz aus holz ich werde euch zeigen wo das ganze ist let's go in die liebe freunde dann zeige ich wo das ist bei slurpy und hinten hinter der kette corner da wären wir jetzt mal hier fliegen dann zeige ich das ganze wo das ist jetzt mal auf der karte jetzt markiert war ein brutplatz aus holz werde ich ganz genau sagen wo man das findet hinter diesen hügel nach kette corner in der nähe von retail roma so und das geben jetzt einfach mal hier mit den neuen boger skin der ist absolut neister und dann wäre ich mit sorgen wo die ganze sache ist so freunde jetzt haben wir bei der hütten dann wird das jetzt integrieren und damit setzt eigentlich benötigte sieben holz also freunde er braucht sieben holz um das zu machen es aber irgendwann gegnern doch das hammer gebraucht holz dass ihr das integrieren kannst du sie mal beim ersten mal nicht stoppt dann sehen wir uns gleich in der nächsten wunde let's go vorne so freunde jetzt sind wir bei der zweiten aufgabe und zwar was da markiere ein alien ich werde euch das sagen jetzt go vorne und da zeige ich wo es hier ganz genau hier ist wo die parasiten sich befinden also die eier müssen sie markieren und wenn sie die da markiert habt dann habt ihr die aufgabe erledigt und ich werde euch sagen wo es die ganz genau findet was machen ist und da ist eigentlich ziemlich einfach bis zum erledigen es werden wieder viele leid mit hier ist klar weil die aufgabe ist frisch ist dort jetzt runter und dann ist eigentlich bloß um die alien markieren und die erste eier dieses markieren jetzt haben wir es erscheint es dann gehen wir zur nächsten aufgabe let's go freunde freunde die dritte aufgabe heißt sammle schallplatten im pläsen park oder creaky cliffs ich werde euch sagen wo das ganz genau was das für ein slits go freunde pläsen park ist markiert die wird 60 und das ist das wort die haus da wo die schallplatten drin sind wir werden jetzt mehr fliegen ganz so genau wo das drin ist was sie ganz genau machen ist nächste eine das sieht man es schon leuchten jetzt einig dass interagieren und gutes kann jetzt zu diesen haus drüben noch dann ist der dumm und da ist dann interagieren und gutes dann haben wir dieser abgeschlossen und dann passt dann sehen wir uns gleich okay phase 4 schwere lagerfeuer bei verschiedenen brutplätzen ich werde euch sagen wo das ganz genau ist let's go in die runde freunde markiert sag ich mal auf der karten acht da war noch mal ein platz dann nehmen wir doch gleich den daher wird markiert flexion das wird natürlich richtig schwierig damit so zünden dann habt schon das erste dann sehen uns kleben zweiten freunde jetzt kann man mal irgendwas schaffen partner der das weg genommen gehabt er war einfach zu schnell so da haben wir es gut so unten und dann haben wir zwei und dann gehen wir zur nächsten aufgabe freunde freunde die fünfte aufgabe sammle eltern rat geben holy hatchery oder retail row wir werden uns das ganze anschauen ich zeige euch wo ihr das findet's let's go freunde wir gehen nach holy hatchery und zwar da ist dieser kleine fußballplatz und da werden wir jetzt mal zu dem haus hingehen und dann zeige ich ganz genau wo jetzt hier das find's und was wir machen ist da war das ganze hofft dass jetzt keiner wieder zu vorkommt weil die aufgaben hat wirklich ziemlich die fragt irgendwie sand ist das marsch aus sein wir gängern und dann war es normales dort interagieren und gutes gang dann haben wir uns da müssen uns das das wort in das uhr das wort die vater danke lieber freund und eben nachbar gebäude war das worte wenn euch das video gefallen hat los ist ein leichter ab und jetzt den kanal und freundet sich mit die leitung tschau servus eicher captain mitzi